Ich hab, ich hab ein... Jetzt wolltet ihr ins Becken stoßen. Ich hab ein Keuchheits-Eid geschworen. Oh. Ja. Na, ich, ich krieg auch Schlösch, Schlösser ohne N. Dietrich auf, also... So, äh, ihr habt es für seid, aber uns macht weg, Mann. Hier fliegt irgendetwas. Eine Hoffnung, nein. Oh. Ohohoho. Wir haben ne Karte. Brauchen wir nicht. Okay, wir erst hier links lang. Ah. Ah, hier, hier, fliegt's. Oh, hier sind rechts, hier sind rechts. Könnt ihr nicht ab... Okay, hab geblockt. Oh, Mann. Okay, hab ich. Ich nehm auch mal mein Deutsch hier und... Hier vorne ist, kommt ein Skelett. Oh Gott, hier kommt noch. Achtung, auf was geschehen läuft. Ich steh nicht da wieder mit. Und Max nicht mehr so. Max, du hast ganz viel Leben verloren. Ach. Nein, ich, ich hab ja auch weniger. Ihr könnt euch auch schleichen, ne? Oh, die Schütz. Wie war ich grad? Oh, oh, oh. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, wie viel Leben ihr insgesamt habt, deswegen... Ich... Warte, ich teile mal kurz Max. Aua. Aua. Max, stell dich mal vor mich hin, geh doch nicht weg. Ja doch, musste ich, weil die mich abgeschossen haben. Oh Gott, ich bin tot. Rückzug, Max. Rückzug. Rückzug, Max. Die Skelette. Wurst, kauf dir Zeit. Achtung, Max, komm jetzt zurück. Wir gehen zurück ins Zimmer und ich heil dich. Wir heilen uns. Der hat gefurzt. Sorry. Mach dich bereit, wir kämpfen gegen die hier. Ich kann nicht wiederbeleben, ich weiß, ich hab ne Fähigkeit. Wie caste ich denn die Fähigkeit? Rechts, eigentlich rechte Maustaste, was machst du auf der... Ah ne, du musst den Zauberstab rausnehmen, Maun. Du musst den... Und jetzt kannst du mit der rechten Maustaste gedrückt halten und dann den Zauberstab spilen. Das war aber nicht viel. Das ist... Nur 15 mehr hast du dich verdient. 2 Hours later. Ok, Max, mach dich bereit für den Kampf. Ja. Ich hab's abgebrochen. Ansonsten kann ich so machen. Achtung, ich mach den Spell, ich mach den Angriff. Geh weg, Max. Holy Light, Holy Light. Holy Light. Die Gornfurt. Vorsicht, der Bogenschütze. Oh Gott, der Bogenschütze ist gefahrlich, vor dem musst du aufpassen. Oh, was? Warn ist tot. Der hält sich durch, durch mein Schütz. Ne, ich hab mich noch nicht. Ah, das kannst du auch, ok. Warte. Kannst du vielleicht aufheben? Ich kann nicht looten. Wirst du auch tatsächlich, damit wir uns ohne Fähigkeit wiederbringen können. Von da schon? Max, nimm mal den Oberkörper von Marvin. Also jetzt die Rüstung vom Oberkörper weg. Achso. Ja? Wenn du das nämlich tust, hast du darunter seine Seele. Super. Genau. Und die Seele müssen wir mitnehmen. Es gibt Altare auf der Map und an diesen Altaren können wir Spieler wiederbeleben. Keine Ahnung, was das für eine Dings ist, aber ich nimm's mal. Ich möchte kurz mal anmerken, ich glaub den Charakter, wo ich dachte, der saved and useless. Bei mir brennst du grad. Wo ich mir dachte, er saved der Schlechteste mit Max mit Assassin's Eye, der hat überlebt. Ja. Also muss ich aber auch sagen, ich war ziemlich verwirrt, dass der einfach durch mein Bogen schießt. Er, durch mein Schild schießt. Und? Steht drauf. Also musst du? Ne. Ich dachte, ich block das, weil ich vorher alles komplett geblockt hab. Ähm, und? Er regt mir halt einfach. Wirklich, du machst Skandal. Mit dem Unterschied, dass er gepasst ist. Der Skelett hatte ich jetzt bemerkt. Ne, nicht heute. Links von dir wird hart geatmet. Gelaufen. An der Treppe gleich? Bei euch los. Da unten steht übrigens ein Altar, ne? Oh. Oh, okay. Aber dann schleich dich mal an an den Skelett und guck mal, ob du hier so'n, so'n Take-Down machen kannst, Kappa. Daxus. Oh, der rafft das. Oh, noch, guck mal noch mal. Und die Zone ist da. Oh, oh. Ach, ach, das ist nur Zone? Oh, oh, oh. Weißt du, was das witzigste ist? Das war ausgezogen. Weißt du, was ich nicht so'n nice finde? Der Altar steht jetzt außerhalb der Zone, oder? Ja. Oh, du hast ne Kiste. Komm, vielleicht ist keiner Mimik. Zwei Kisten. Will ich hier Max seine Steps? Nicht hier meine, Fritz? Oh. Was ist denn das für ne scheiß Motte? Lächster gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob Max vielleicht die Tür sogar schneller öffnet als ich. Ja. Kann ich. Okay. Lass mich rein, Leute. Wir haben einen. Bats. Scheiße, zu dem ich. Hab ihn jetzt genommen. Haha, gedutscht. Oh. Der steht doch mal. Okay, Leute, Leute, lass mal. Wir gehen wieder rein, Max. Kommst mit. Ja? Hier, hier, hier. In dem Coven ist ein Schild für dich drin. Oh. Okay, warte, ich komm gleich. Ich teile erstmal Max voll. Danke. Max, bitte nicht mehr solche reckless Aktionen hier. Ihr müsst hinter mir stehen. Bitte Schild. Warte. Okay, Schild, der sieht gut aus. Und ne Hose. Werden sie hier ausgezogen von euch. Echt? Sorry. Und Schuhe hab ich da auch reingelegt. Also einer von euch kann jetzt hier mal ein paar Schuhe anziehen hier. Damit ihr nicht so flatscht beim Laufen. Äh, ne. Für Wizard. Warte. Das sind Wizard Schuhe. Die sind für Wizards. Alter. Also ich könnte die auch verwenden. Hier rechts von mir. Zurück, Leute. Ein bisschen Line-Up. Ich kann halt die Hits blocken, ne? Au. Der hat mich fast gekillt, der Skelett auf eins. Zurück, 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 zurück. Ich mach. Ich mach. Wer auch immer Feuerzauber gemacht hat, hat mein Karstab gebrochen und wir haben mich was gekillt. Ich bin tot. Genau tot. Okay, also Feuerzauber kann einen interruption und schadet auch die Teammates. Das war unglücklich. Also es ist ganz schön dunkel hier. Ich bring mal Licht ins Dunkeln. Dumas. Okay. Na hier, guck mal, hier liegt ein Schwert. Einfach rum. Guck mal, Jungs. Vielleicht kann ich... Oh Gott. Erregert, erregert, erregert. Nein, das war ich. Okay, ich block den ersten. Ich kann die nicht blocken. Scheiße. Scheiße, Leute. Ich bin so geil. Max schlägt die hier verpackt. Ich nehme deine Seele. Lief nicht so gut, Leute. Wir leben noch. Invisibility-Potion. Die nehme ich mal mit. Was hat das Skelett sonst noch? Oh Gott. Max, pass auf. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel, es ist ja auch nichts. Wer von euch hat einen Kackel ausgemacht, die hier war? Oder war hier gar keiner? Und Max? Ich weiß es nicht. Nein, hier war hier keiner. Okay. Ich hatte halt einen in der Hand am Anfang, ja. Okay. Deathskull. Oh. Oh nice. Die nehme ich mit. Das ist doch das so eine Mimic oder was? Vorsicht. Haha. Alter. Weißt du, was das praktisch wäre? Ein Cleric, der dich heilen könnte, Alter. Mhm. Oder die mit den Thread. Oh. Oh, Marvin. Ich habe gerade sogar noch einen Flanged Maze für dich gefunden. Alter. Und alte Schuhe. Ja, der Max ist nicht gegrallt. Das ist schön. Ehm. Ich sehe ja nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh Gott. Ich glaube, unter Maxen, glaube ich, fallen. Ja. 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 Da springen wir nicht runter. Ja. Und dort frisst gerade einer irgendwas. Den will ich mal nicht stören. Also ich kann halt zwischen eins und zwei wechseln, aber. Ja. Du hast da noch einen. Achso. Das ist nur der eine, den du in. Achso. Okay. Ich dachte, du hast noch einen Decker in der Hand und kannst den quasi auf die. Ah. In die rechte Hand nehmen. Weißt du? Was ist das denn? Ich gehe dann weiter, Max. Ne? Hier sind einfach Rubinerze und so Zeug. Das ist ja wirklich runtergesprungen. Ich drehe durch. Vielleicht kannst du die da reinloggen. Kann das sein? Ne. Okay. Okay. Also die Gegner beschädigen sich nicht selbst mit dem. Nein. Nein. Genau. Das hat vielleicht einfach nur so keinen Impact. Du siehst dann keinen Impact? Naja, dass der halt vom Laufen nicht beeinträchtigt wird, aber halt schon Schaden macht. Achso. Denkste? Ah ne. Kann sein, weil es ja noch ein Wäder ist, ne? Gabi, Max. Keine Sorge. Oh. Digga, ich habe gleich keinen Angriffszauber mehr. Ne. Oh Gott, hier oben. Hier oben ist ein anderer Spieler. Na, ich komme auch hoch. Ich weiß schon, wenn man hier drauf zurück gucken würde, so in einen Monat oder so, wenn man das gespielt hat, das ist ja schon witzig. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Ich denke auch. Weh? Heck. Holla. Hinter uns, hinter uns. Na, na klar Max, stell dich hinter mich. Stellt er sich hinter mich? Hey, ja klar. Wollen wir runterspringen? Oh. 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 Also, ein Cleric und ein Fighter. Weißt du, da haben wir keine Chance, Alter. Das war's.